Ich muss es festhalten, das ist mein Zimmer am Abend. Ich schwörs euch, überall, überall sind sie, überall. Darf ich den mal trinken? Trinken! Habe ich ja gesagt? Der grüne Tee ist besser, wie der rote Tee. Ich trinke ihn auch nur, mir schmeckt er auch nicht, ich trinke, weil ich Durst habe. Ich trinke immer den grünen Tee, der ist viel besser. Ich weiß auch nicht warum. Wie wer gibt's für den grünen Tee? Aber der grüne Tee ist einfach der grüne Tee. Aber das ist das Beste. Und gesalzen, ne? Zu gesund. Hä? Hey, wir brauchen das Salz noch! Oh, ne, 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 ne. Das ist alles warm zu filmen. Am Donnerstag dem alle vollstellen. Wir geben die Waffen, Katta, würde ich sagen. Nein, ich hab schon die Kamera. Mein Salz. Den anderen auch. Ne, das war ihrs. Gib! Ich hab jetzt den Erdbeeren getrapt. Ihhh, die will keiner mehr essen. Die sind ja auch ihres Lieder. Die sind ja auch ihres Lieder. Die sind ja auch ihres Lieder. Ja, die Zeit haben wir so nicht mehr. Und Moment da. Oh, Fabi beim Essen, das muss man filmen. Fuck no. Hey, filmt ihr in jemandem? Teil mich diesem Gruppen-Ding jetzt da. Hey, was machen wir jetzt? Nein. Hör auf mich zu filmen! Es ist keine One-Man-Show! Ich bin im Film drin, ich komm gleich wieder. Ist das noch auf Kamera? Ja, das läuft. Hallo. Ich bin Nina. Sie dürfen jetzt eine Runde mit mir drehen. Sie haben die Ehre, ja? Also, dann schauen wir mal. Grüß euch Freunde. Wie geht es euch? Stopp, wir brauchen ein kleines Interview. Wie gefällt es euch hier? Ja, passt schön aus dem Toppen. Hey, mal diesen ganzen Fanscheiß da weg hier. Ich sage, wie gefällt es euch? Wie gefällt es euch? Wie gefällt es euch? Wie gefällt es den Grünschlangen? Es ist fantastisch einfach. Was sagen Sie zu den Toiletten? Oha. Zu den Duschen? Das ist auch schrecklich, ja. Zu dem Rauchen? Ja. Zu dem Saufen? Zum Saufen, Linda. Zum Saufen. Ja. Habt ihr das gehört? Oh, die Versinas! Oh mein Gott! Ja, okay. Wir schneiden das jetzt mal lieber und schauen lieber die hübschen Nina anstehen. So, dann schauen wir mal, was da auf dem Gang wird. Und die Hände hoch! 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 So, dann picken wir mal einfach in ein Zimmer rein, wie es da so ausschaut. Ja. Da, Frau Ganslmeier. Okay, dann schauen wir da mal rein. Martha, eröffne die Tür. Hallo! 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 Kurz eine Runde drehen. Du bist naked! So, dann gehen wir wieder raus. Wir besuchen andere neue Leute, Freunde. Linda, Katha. Hallo! Hallo! Was machst du da? Oh, wir haben da welche im Schrank gefunden, so Emo-Kinder. Frohe Niveau, ihr Essen esst, obwohl wir erst vor 5 Minuten gegessen haben. Ich habe doch kein Zimmer mehr. Ich haße Chili-Cook-Garde! Okay, dann gehen wir wieder, Freunde. Seid ihr bereit, eine Tür weiterzugehen? Wuuuuh! So. Ich weiß, dass wir nie naht. Ja. Aber da ist keiner drin. Da waren wir gerade drin. Jetzt sind wir im Zimmer 2 und 3. Wie viele Minuten läuft denn das Teil schon? Ich weiß, wie viele Klassen da drauf sind. 4 Minuten. Unsere Toiletten? Ja, ja. Schön. Alles. Hier liegt es allein. Das ist der Liter ihr Bett. So. Jetzt dürft ihr mal in mein Zimmer schauen. Ja. Seht ihr? Das ist keine One-Man-Show, Nina. Ja. Also unser Waschbecken, meine Seife und alles drum und dran. Und diese Bettwäsche habe ich mir heute erst gekauft, aber egal. Gehen wir wieder raus, Freunde. Seid ihr noch alle da? Ja! So. Das ist meine erste Fernsehshow. Ich hoffe, ihr seid begeistert. Hau. Wir müssen mal raus. Wollt ihr da wirklich? Okay. Wir müssen mal raus. Wir müssen mal raus. Und jetzt kommen wir ins Schillerzimmer. Alle ins Schillerzimmer. Alle ins Schillerzimmer. Alle rein. Alle rein. Ja. Wir rein. Spazieren in die gute Stube. Und jetzt sagen wir auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja! Ja! Ja, das ist so cool! Das war's für heute. Das war's für heute.